Hi guys, hier ist wieder die Crash und zwar diesmal mit dem Pazifistenende von Undertale. Wie schon vorher gesagt, habe ich es durchgespielt ohne jemanden zu töten, man sieht, ich habe keine XP gesammelt, ich bin immer noch Level 1, ich bin immer noch 20 HP und ja, ich hoffe es wird jetzt nicht so schlimm. Ich habe mich schon eingedeckt mit Junkfood und ich habe immer noch das Teil von Notorial, ich habe gelesen, es passiert was, wenn man das beim Eskohar isst und ja, ich hoffe das Beste und dass ich nicht so oft sterbe und bin gespannt, was da jetzt genau für ein Ende kommen wird. Ich gebe echt mein Bestes. I try. Stringslight fills the room. Twilight is shining through the barrier. Seems the journey is finally over. So, jetzt hat er mir den Mercy-Button weg, human. It was nice to meet you. Goodbye. Okay, schauen wir, wie gut wir kriegen an ASG mit 20 HP auskommen. Ah, das war schon mal schlecht. Woo-hoo-hoo! Fuck! Da-da-da-da-da! Mist! Oh nein, 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 das hasse ich! Ah! Na, noch nicht. Was, ich habe mich doch bewegt! Ich sehe! Ich sehe! Okay, bitte. Jetzt war natürlich easy. B duell, die scheiß Blumenhältnisse versprechen ist und bringt ihn nicht um. Oh, nein, nicht schon wieder. Vielleicht bin ich bei der Hälfte. Oh, ganz wichtig. Das ist unfair, das ist voll unfair. Das ist so unfair! Ich hab doch nicht mehr so viel! Nein! Crap! Komm! Bitte, bitte! Lass mich das doch schaffen! Komm schon! Nicht schon wieder! Halt bloß dein Versprechen, du Kackflume! Ich schwör's dir! Ja! Ja! I made it! I made it! Ich habe alles gekauft! So that is how it is! I remember the day after my son died. The entire underground was devoid of hope. The future had once again been taken from us by humans. In a fit of anger I declared war. I said that I would destroy any human that came here. I would use their souls to become godlike and free us from this terrible prison. Then I would destroy humanity and let monsters rule the surface in peace. Soon the people's hopes returned. My wife, however, became disgusted with my actions. She left this place never to be seen again. Truthfully, I do not want power. I do not want to hurt anyone. I just wanted everyone to have hope. But I cannot take this any longer. I just want to see my wife. I just want to see my child. Please, young one. This war has gone on long enough. You have the power. Take my soul and leave this curse, please. No! I don't want to see my child! Please, young one! Oh, Blume, Blume, I swear if you do not hurt anyone. I will bring yourself to your child. Oh, man! I swear to you! Ich möchte hier bleiben. Meine Frau und ich werden dir so gut wir können. Wir können in der Wohnung erzählen, oder essen, die Kühe. Es könnte sein, wie eine Familie. Das ist nur ein Fantasys, ist es? Young one, when I look at you, I'm reminded of the human that fell here long ago, with the same feeling of hope in your eyes. There's an ancient prophecy among our people. One day, a savior will come from the heavens. I believe the one that was prophesied was you. Somewhere in the world outside, there must be a way to free us from our prison. It pains me to give you this responsibility, but, please, take my soul and seek the truth. What? Oh, no. What's going on? Ha, ha. I'm sorry. I couldn't give you a simple, happy ending. What? But I believe you're free then. That's what my son... What Ezreal would have wanted. Nein! Nein! Warum stiebt er jetzt doch? Scheiße! Eh! Fuck Blume! Scheiße! Okay, ich hab keine Items mehr. Warum ist der Esmer jetzt tot?! Das find ich grad voll scheiße! Warum ist der jetzt tot?! Das ist das Pazifisten-Ende?! Ist der voll scheiße! Komm! Das ist das Pazifisten-Ende?! Wirklich?! Heya! Is anyone there? Well, I'll just leave a message. So, it's been a while. The Queen Return is now ruling over the Underground. She's instated a new policy. All the humans who fall here will be treated not as enemies, but as friends. It's probably for the best, anyway. The human souls the King gather seem to have disappeared. So, that plan ain't happening anytime soon. But even though people are heartbroken over the King. Things are looking grim for our freedom. She's trying her best not to let us give up hope. And so on. Hey! I'm not giving hope. I'm giving up down here. Don't give up wherever you are, okay? Who knows how long it will take. But we will get out of here. Sans, who are you talking to? Oh, nobody. What? Nobody? Can I talk to them too? Here, knock yourself out. Wait a second. I recognize this number. Hey, human! How are you doing? I'm doing fine. Well, besides one thing. The Queen disbanded the Royal Guard since you don't have to fight humans anymore. Wow. I have no idea what to do with my life. But that's okay. Because I'm still working hard. Even if it's on nothing at all. So don't feel bad. Papyrus is fine. Andine is the one that's got it bad. She lost her job. Then she lost her house. It was sad. But we're taking care of her. She lives on our couch now. It's like I sleep over every night. I sleep over. There's no escape from. Oh. We gave her a job too. She hired her. Just illegal hard dogs then. Shades working there. But she makes a mean hard dog. Oh yeah. She still blames you for the disappearance of us. What? Why is that exactly the same as the other ending? I don't understand that. She talks to me a lot about getting revenge. I don't understand that. I don't understand that. I don't understand that. I don't understand that. But I'd like to believe it's not. Because I want to go with her. Then I'd get to see you again. Even if I'd have to fight you. Well, keep your fingers crossed. And keep in touch. And the fish just flies over my D-d-d? Was was? Was was? Was? Was, was was? Was? Sie's Blume. Interesting. So even with everything you did, the outcome still the same? Ja. Ich weiß. In the end? Ah, ich glaube, jetzt habe ich noch etwas. Entschuldigung, das war es für mich. Are you friends with all of them yet? Maybe we should go back and hang with them. Bist du mich verarschen? Always saves the day, right? Bist du mich verarschen? Okay, ich glaube, die Blume will mich einfach nur verarschen. Ich weiß nicht, was da heißen soll. Ich soll zurückgehen und mehr Zeit mit denen verbringen. Ich habe schon im ersten Let's Play, die Elphys nirgendwo gefunden. Und wo die Antinies ist, weiß ich sowieso nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Gut, vielleicht finde ich das auch noch raus. Falls ihr daran Interesse habt, sagt, schreibt es mir einfach. Wenn nicht, dann... Ja, ich würde es mal für mich selber raussuchen und mal schauen, ob es wirklich funktioniert. Ja, auf jeden Fall war das das Marzifisten-Ending. Und ihr könnt euch vorstellen, wie angepisst ich bin, dass ich das alles für nichts eigentlich jetzt durchgemacht habe. Aber, ja, es ist auf jeden Fall mal etwas wert. Ja, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich weiß, es war nicht viel, es war nicht großartig. I'm really sorry. Aber ich freue mich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ähm, genau. Was das nächste Mal angeht, ich warte auf einen leistungsstärkeren PC, damit ich andere Let's Plays machen kann. Die Amnesia-Parts mit dem Slacky, die sind noch in Arbeit. Das heißt, da müsst ihr an euch ein bisschen gedulden. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Macht es gut, Guys. Cheerio. Ciao.